hallo meine lieben friendos und herzlich willkommen zurück wir sind wieder eure falkers und wir spielen ja ein bisschen die vora beta auf der ps4 mit dabei passern als nutt und mit rovica hallo genau ich krieg sein leben alles klar zwei leute bei mir gebrauchen als bei c2 leute c2 leute wenn ihr mich wieder belegen das ist doch ist einer meiner leute ich kann jetzt hier der jungen der bauten rutschpartie mit seinem nicht diese leute ich bin mal wieder okay ich komme nicht leider ist noch immer ich bin bei c1 ich bin bei c1 ich bin bei c1 eingenommen Okay, ich hab C eingenommen. Scheiße, ich hab den Leiter runtergeworfen. Er haut ab. Ich hab einen gekillt. Ich hab einen LoL gemacht, wir haben bei B aber das ist okay. Ich glaub die kommt von hinten. So bei B. Noch einen. Ja, zu A, zu A. Das ist ein Kollege der braucht Hilfe. Hilfst du dem? Nein, weil ich pass auf dass C keiner kommt. Okay, er hat ihn getötet. Ich hab ihn, er ist schön. A ist eingenommen, alles eingenommen. Nice, wir haben alles. Bei B? Ja, ich geh zu B. Ja, ich brauch Hilfe wahrscheinlich. Aber schlag mich nicht. Ich hab dich erschütten. Da ist doch das ein Wikinger. Bei C ist einer. Warte, ich muss erst mal zu A. Ah, ich muss nicht kurz sein. Hinter dir, Luca. Oh, ja. Ich hab's gesehen. Auf, 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 auf. Auf, auf, auf. Nein, hilf mir. Nein, wenn wir, wenn wir jetzt am Punkt. Die haben Drache. Ah, das hast du auch Drache. Nein. Was für Drache? Scheiße. Geh, der ist noch ein paar Jahre alt. Boah, war das knapp, Alter. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich will mich heilen. Danke, Alter. Wer ist außergesprungen? Chill, Au, ich bin das. Ich bin ein, Erinnerung. Ich wird ein in griffen von euch. So, soll ich schon können, hier nicht gehen? Der Rest, glaube ich, hab ich einen feinden Schnitten. Ah, der andere. Weitere. Hole. wieder der barbara und die und der samurai unterbricht der exekution und er bringt mich um auch mann die snoops die snoops er hat mich gesehen habe ich habe augen gemacht ich habe ihn gar nicht so dass wir mal verloren bei b sind zwei leute ich komme nicht an den minions vorbei das ist doch lächerlich nein ich hätte noch einen wieder bedienen können und ich habe das spiel reagiert das zusammen zusammen angreifen ja ich glaube die wir haben wir auch noch ja ich habe das ein wäscher ja ich sehe es wir haben C verloren okay und bei C hab einen getötet von der Seite ich sehe so eine gefällt so ich steh wieder ein das ist eine oh oh mein kaufsgewicht oh entschuldigung fuck alter meine ausdauern meine ausdauern meine ausdauern ich kann mich wieder jemanden wieder wo bist du B ja bei B äh da vorne ich muss einen kurz umbringen dann kann ich wieder weg ja habe ich den gegeben war knapp in meinen ausdauern warte gar keine okay ich habe C verteidigt ich habe mich schon abgegeben ich bin gerade im fight oh shit ach nein so ein dummer schlag sorry ja leute kann man auch ein ähm also alle richtungen ablocken auf einmal nein aber wenn ja wenn auch wenn zwei leute auf dich drauf schlagen kannst du den kannst du beide schläge ablocken also das das zählt halt in welche richtung der zweite angreifer sag ich mal die schlägt und du das in der Richtung abblocks das zählt auch du musst du nicht unbedingt anwesieren dafür das kassel war gerade ich habe die ganze Zeit gegen ihn gekämpft einen der hat zwar eine HP oder so der hat so gut alles abgeblockt das war so krass das habe ich glaube ich ganz ehrlich als hätte ich das vorher gesehen was ich mache hast du auch Fernseht von oben angerufen oder so ne ne ich habe mich mal gewechselt nice gewonnen jawoll saftiger Sieg wer war erster? warst du erster? Jasin? ne 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 ich war glaube ich du warst zweiter hast du du warst auch erster oder nicht Luca? ne ne ich glaube nicht dieses Dings habe ich äh nicht so gut gespielt ne oh ich hab neue Sachen ja gut Leute das war es mit dieser Folge vorne lasst ein Like da wenn es euch gefallen hat gerne auch ein Abo und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bis dahin oder ein tschüss 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 tschau